Ja, Hallöchen zusammen, ich bin's, der Timika von dem Brain Clubber und ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem neuen 360 Grad Video. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe ein neues Mikrofon, das ist richtig genial und fantastomatisch. Und ich habe auch natürlich das richtige Wetter für euch mitgebracht, weil ich habe gedacht, wenn ihr schon 360 Grad habt, dann habt ihr nur das beste Wetter verdient, was es so auf dieser Welt gibt. Und ja, was wollte ich euch eigentlich sagen? Ach ja, genau, es gibt so ein paar Dinge über den Kanal und die nahe Zukunft. Und zwar Kommentare for the win. Der ein oder andere wird es gemerkt haben, die www.brainclubber.de ist ja ganz anders als bisher. Die muss ich noch überarbeiten, das werde ich aber leider vor dem Sonntag nicht schaffen, weil Samstag bin ich auf einer Party. Und deswegen wird die neu überarbeitet. Kommentare for the win. Läuft wie gehabt weiter. Auch die drei Spiele, die ihr gewinnen könnt, das war Rocket League, irgendeine Special Edition, Technomancer und Lego. Das bleibt alles. Ihr könnt sie nur gerade nicht sehen. Eure aktuellen Punkte könnt ihr natürlich sehen. Und was ihr auch noch sehen werdet, ist, dass die ersten 30 Namen sind, glaube ich, die sind so grün unterlegt. In Zukunft ist diese Auslosung am Ende des Monats nur noch unter diesen ersten 30 Schreiberlingen. Alle anderen darunter werden nicht teilnehmen. Das ist einfach nur deswegen, damit ich wirklich die Bots raushole oder Leute, die durch Zufall mal einmal Hallöchen schreiben. Damit, wie ihr seht, oben sind Jigsaw und Marvin, heißt er, glaube ich. Die geben sich richtig Mühe mit Kommentarschreiben und die sollen halt auch nicht wirklich gegen Bots antreten müssen. So, das dazu. Dann, was gibt es noch? Ach genau, die Comic-Con. Da gehe ich ja nächste Woche hin. Das ist Samstag und Sonntag. Da werde ich euch definitiv berichtigen. Natürlich auch mit 360 Grad. Und auch mit der normalen Cam, die ich noch habe. Ich glaube, das wird richtig cool. Ja, hat jetzt natürlich nichts mit MMORPGs oder Games so zu tun, sondern das ist einfach, ja, das ist so meins. Ja, ich wollte immer schon mal auf die Comic-Con. Jetzt ist die Ganze in der Nähe, hier bei uns in Stuttgart. Und deswegen habe ich mir gedacht, da musst du einfach mal hin. Und da werdet ihr auf jeden Fall das ein oder andere schöne Video sehen. Vielleicht hole ich euch auch ein paar Cosplay-Specials mit den hübschesten oder grauenhaftesten Cosplayern. Da muss ich noch mal gucken, was es da genau alles gibt. Und ja, ansonsten läuft alles ganz normal weiter. SW-Talk kam ja diese Woche nicht, weil, ja, Deutschland ist schuld. Deutschland hat am Sonntag gespielt und das hatte ich mir angeschaut. Und deswegen, ihr wisst es ja vielleicht, ich habe nur die Möglichkeit, aufgrund meiner Arbeit am Wochenende Videos aufzunehmen. Und da ist mir halt so, ja, wisst ihr, so ein bisschen die Zeit ausgegangen. Und deswegen kam halt diese Woche kein SW-Tor. Das ist auf jeden Fall nicht abgesagt oder Sonstiges. Das läuft ganz normal wieder weiter. Ich hoffe, dass ich es in der nächsten Woche schaffe, weil ich bin jetzt Samstag auch schon wieder nicht da. Habe also keine Zeit zum Aufnehmen. Borderlands wird es auch weitergeben. Und wenn ich die Verrückten zusammen gebastelt bekomme, dann kommt natürlich auch Pulsar. Pulsar haben wir jetzt noch ein paar Folgen im Backup. Ja, und da werden definitiv noch neue kommen. Weil ich muss doch Seeks definitiv in den Wahnsinn treiben. Als Käpt'n, oh Käpt'n, mit seinem psychopathisch geistesgestörten Waffenoffizier. Ja, was gibt es sonst noch? Gibt es sonst noch irgendwas? Ja, ich hoffe natürlich auch darauf, dass es bald mal wieder schöneres Wetter ist. Damit ich euch auch schönere Videos zeigen kann. Weil es kam deswegen auch so lange keine. Erstes Mal, weil ich kein gescheites Mikrofon hatte. Dieses Problem habe ich jetzt hiermit gelöst. Und guckt euch das Wetter an, dann wisst ihr es. Warum? Macht einfach keinen Spaß. Jetzt draußen rumlaufen? Niemals. Natürlich nur zum Schutz der Kamera und des Mikrofons. Ich selber würde mich für euch in Hagelstürme stellen. Und ich bin gerade froh, dass ich aus der Stadt rausfahre und nicht in die Stadt rein, weil ich weiß nicht, ob ihr es schon sehen könnt. Die bunte Straße Richtung Innenstadt ist leicht gefüllt. Wo wollen die denn alle hin? Kommt kurz gucken hier. Hallöchen. So. Auf jeden Fall freue ich mich schon. Mehr Videos, mehr Vlogs. Ob das jetzt 360 Grad mit dieser Kamera sind oder die normalen, weiß ich noch nicht. Weil, ja, wird man sehen. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal wieder weg. Ihr müsst ja jetzt Kommentare schreiben, damit ihr unter die ersten 30 kommt. Ihr wisst www.brainclubber.de. Könnt ihr einfach hingehen und euch zumindest schon mal angucken, wo bin ich eigentlich diesen Monat in der Liste. Weil es ist ja noch ein bisschen hin. Wir haben jetzt gerade mal den, äh, 16., 15., 15., 16., weiß ich gar nicht. Den 15., 16., 2934, Sternzeit 23, 78. Ja, kommt nächsten Monat auch, da gehe ich auch rein. Der wird garantiert cool werden, weil Star Trek ist einfach cool. Kann mir nicht helfen. Ich mag Star Trek. So. Jetzt bin ich aber auch endgültig raus. Bin eh gleich beim Fahrgast. Und, äh, wir sehen uns alle. Bis dahin, haut da rein. Und, äh, ich hab jetzt gerade überlegt, mach ich diesen hier mit diesem. Aber das bringt ja nichts. Müsste ich ja so machen. Von beiden Seiten, wisst ihr. Aber, nee. Ich bin einfach weg. Tschüssi Kowski. Meine Fresse, ist hier ein Verkehr. Bis dahin. Bis dann. Bis jetzt. .